Und darf ich dir eine Sache sagen, der hat heute geiles. Hey, hast du ihn nicht? Habe ich dir doch gegeben. Welchen Skin spielst du grad? Ich bin dem Wuffel voll süß. Bitte nicht spoilern jetzt. Ich geh jetzt in BR rein. Boah, die erste Platte hört sich cool an. Es ist ein Remix eigentlich. Ich möchte heute noch Level 12 werden. Ich mach kurz, weil... Ja, ich mach kurz. Ja, ja. Ich hör mir jetzt eine Sache an. Ich sag... Ja, aber die letzte Musik, die es gibt. Erkennst du sie? Ja, die alte. Ja, das ist die alte. Meinst du welchen Emot ich voll geil finde? Oh, das ist so geil. Ich find diesen Wischer, so ne Art Wischer so geil, diesen einen. Meinst du den, ähm... Teckel-Tanz? Nein, der andere. Alles gut. Der Teckel-Tanz ist aber voll geil. Der Läufer ist geil. Oh, Läufer! Boah! 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 Ich sag mal, der ist ja noch eins. Der Spin auf 86 ist geil. Ja. Und auf 87 ist noch geiler. Boah, der Tanz auf 63 ist geil. Ja, den mein ich. Das ist der Teckel-Tanzer. Wer ist die Musik? Der Hänge gleich auf 79 ist geil. Ja. Tomato! Ja. Oh! Wurde mit ihm gemacht? Ich weiß, ich bin... Hier, neue Ladescreen, direkt. Boah! Warte mal, ich muss mal kurz was gucken. Ja, okay, Skins verschenken ist immer noch nicht drin. Oh Mann. So, ich geh mal kurz ne Battle-Pass holen, Digga. Ja, der letzte. Was ist da? Boah, die alte Musik. Ich hab so lange darauf gewartet, dass sie wiederkommt, Mann. Oh, Maxi. Ne, ist doch so, Mann. Ich hoffe, dass die Fußballschuhe noch passen. Ja, alles gut. Klar. Die passen noch. Die passen noch. Boah, die alte Musik, die war aber früher auch so geil, ne? Welcher Skin ist scheiße? Ich finde, Rob Träppchen ist ganz geil. Eigentlich. Warte kurz. Kann grad nicht. Find... Meinst du den mit dem Lama innen drin? Den finde ich voll geil. Okay. Ich weiß. Wie meinst du das? Ich spiel halt erst mal ein bisschen Battle Royer Fortnite, Mann. Warte kurz. Warte kurz. Oh, ja. Mach ich. So. Büm, 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 also sorry, Leute, dass das Streamers jetzt angeschmissen wurde. Aber vorher ging nicht. haben wir uns mal eben wie wachs aufgeladen jetzt könnte ich mir normalerweise noch das erste kultur aber glaube ich mache ich nicht das ist gehen bei und 600 wie wachs fünf euro ja stimmt das kennen kostet das kind würde normalerweise 1500 die wachs kosten wissen wir aber im halo haben wir uns das auch noch gekannt ja könnte ich aber allerdings ist die rolle hoi hoi oder ich zeig dir mal was schlicht wenn die aufgelevelt ist bam bam da hat sowas an dann so dann ist so langweilig das nein leger guck mal den skin der ist voll lustig das ist ein baby jerome es ist kein baby ja guck mal wie klein der ist oder warte mal ich zeig dir mal deinen letzten skin papa wolf warte jetzt und jetzt hab und jetzt es gibt endlich eine spitzsacke die dieses spiel die erste spitzsacke jemals das war es bloß okay ich glaube ich für die erste runde mit dem die die petz sind rückendecker wo ist eine spitzsacke etwas 26 die erste spitzsacke die drin ist nicht auf 30 das sind die erste spitzsacke die es gibt nein natürlich immer zum beispiel hier wie heißt sie orkan hake lutscher hake ballon hake boxenstopper ich finde ich mit zack auf dingen hatte auf stufe 15 folge die passt voll gut zum dj und die musik weil ich guck mal ob ich noch mehr musik ist außer das letzte ja da und das letzte darauf haben wir alle gewartet alter ich lade dich ein wo der hintergrund sie doch so geil aus so kürbis im hintergrund komm ich bin erst mal eine runde spielwiese ich habe noch kein video gesehen alles ich habe noch nicht gesehen was alles hier ist ich würde gerne heute noch pumpernickel bekommen ich schaffst du wie viel wie was hast du denn 310 ich will ja nur ganz kurz so leckung dann können wir direkt normal schocken und der kann auch normal spielen das er war gegen tausend leute noch nicht nicht so viele das ist ein rückendecker zu diesem naja gibt es nicht den hier zu dj schon welch woran weiß nicht wo aber ich wollte der hat so geiles led dieses kinder ist so cool ich liebe ihn auch irgendwie bhm 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 tanzi nicht bitte tanzi nicht l voorstet er denn was hat er denn für problem links Ist sonst noch was passiert außer Lootleg oder? Doch ich glaube auf dem Dingensberg, Raketenberg oder nicht? Ja, nee, nee, Raketenberg ist nicht so, äh, auf Dingens ist was passiert, auf, ähm, hier auf Haunted Hillsberg rechts an, nee. Hä, wo gehst du denn hin? Ich dachte gegen Greasy. Ach so, Greasy, sorry. Hey, da ist ein, guck mal, ich markiere mal wo, da, auf diesem Berg ist was passiert. Ah nee, nicht da, da. Ist überall was passiert, Alter. Alter, geile Season, Mann. Die ist so geil. Vor allem der LAD, der nennt, der, wie heißt der jetzt? Lama Skin? Ich nenne ihn einfach mal Lama Skin. Vor allem, dass es ein Lama Skin im Fortnite gibt, ne? In BR. Sorry. Was war das denn für'n Sound? Was war das denn für'n Sound? Jedenfalls komischer. Hast du denn auch gehört? Hast du denn auch gehört? Ach egal, ich weiß drauf, Digga. Seid wir einmal Loot League? Ich wollte jetzt aber einmal gucken, was das ist jetzt neu. Ach egal. Wo ist denn der Rotkäppchen-Skin? Achso, da. Der ist, warte. 47. Ich guck dir mal die Hängegleiter auf 930 an. Der pinke. Schuppi. Oh, wie süß! Hängegleiter. Äh, es gibt Flügel im Wettelpass. Äh, die sind sehr geil. Was soll ich mir auf... wo gucken? Äh, 39. 39 einmal ein bisschen weit. Äh, okay. Ja, übertreibt man nicht, ne? Niemals groß. Glühbirnchen in die Hänge. Falsch, wo ist wohl geil. Ja. Oha! Düsen. Oh mein. Wenn... auf Level 18 kriegst du 200 V-Bucks. Ich weiß. Auf Stufe 11 kriegst du 100. Denkst du, ich schaffte es heute wirklich mal von den Köpfen? Ja, deswegen. Ich will doch mal die Stufe 18 schaffen. Vielleicht. Könnt's mega knapp werden. Ja, die Gruppen. Okay. Guck mal, irgendwie hat dieser Wuffel, äh, die Steals unten. Aber man kann dich jetzt nicht angucken. Ja, der zweite Stil kriegst du ab'n höherem Level, weiß ja. Ja, super. Nee, nee, allgemein, Dick. Du musst den Battle passen, kriegst du die. Ja, das ist mein Wuffi. Hi, 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 Hi. Oh, wie süß. Wie süß. Ja, mein, das ist mein Wuffi. Mein Wuffi. Mann, hör auf, der tut Hanzen. weil ich nicht kriegs an ist egal er kommt irgendwann nochmals noch mal wir kommen uns jedenfalls zu den trailer sind willst spulen noch mal vor und ja das ist ja okay aber können wir wenn wir von wenn wir weitergehen von den häusern können wir dann mal bei ludlick vorbeigucken später ist beim bunker was passiert kann das sein doch das kann sein dass da was passiert ist na ja da ist das passiert was da gleich hin weiter wenn wir geliebt haben ich habe okay was hat seine comments geschrieben heute ist der letzte bei post nicht mehr zwar kauf aber ist egal jungs freut euch wir ab zwölften kommt die europäer bürger bürger in meinem haus ist einer ich habe gar nichts gar keine waffe die meine ich komme in dein haus direkt mal wie ein king ich komme füllen hacker 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 hundertprozentig digga er hält so heftig ne das warte wie viel ja er ist an an warte 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 NEEEEEEEEE Ich sterbe und ich möchte mich komplett fort sein Es ist mir scheißegal, ob sie es echt soll Ich trage meine Scheiße sofort hat er dir so einen Drecksuch ins Spiel gewonnen und noch Hacker da drin Digga, warte! Äh, ich hab ihn 4x29, er muss tot sein, sogar mit 3 Schüssen, er hat gehackt, Maxi, hundertprozentig. Guck mal, ich geb ihm 4 Schüsse, 29 Damage, 20, 20, 20, sind 80, 9 plus 9 sind 18, und dann noch mal plus 9, ergibt keinen Sinn. Okay. Sorry, dass ich nen Tanze. Ja, ist mir scheißegal, ich krieg noch wenig! Ich hab noch einmal so drückt gestern und nicht erst mal das komplette Speer runter. Ganz ehrlich, Alter, diesen Hund werd ich auch eh nie bekommen. Ich hab noch einmal so drückt gestern und nicht erst mal das komplette Speer runter. so schlecht bin. Ist Woche 1, dann können wir ja direkt mal die Woche 1, wir wollten mal zum Bunker, ne? Ja, wenn wir direkt sterben. Let's go! Denkst du, beim Bunker ist was passiert? Ja, guck auf die Map! Ja, ich seh's. Ja, meinsinn! Ich geh erstmal normal den Trailing. Ob wir direkt sterben. Ich komm halt dann. Da bin ich sterben, bin der schlechteste Spieler auf Erden. Das kommt im zweiten, glaub ich, mit. Die landen da hinten beim Bunker. Ja. Ich geh hier unten zur... So, hier ist ein Häuschen! LOL! Hier ist ein Haus. Oh, Moin Digga, Silence von der B. Phase durchsuche eine erste Phase durchsuche mit Ruhe von 3. Ey, ich kann unsichtbar werden, ne? Wie, unsichtbar? Ja, komm her! Warte. 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 Undunsichtbar. Wie machst du das? Ach so, bei der Ruhe ist man unsichtbar, oder was? M-m, komm her! Das hat man unsichtbar werden kann, das ist ja voll und weh, was ist mit Phil los? Ja, was soll los sein? Ist alles gut. Du kannst aber nicht schießen. Wuiiii! Hallo! Alles klar! Ist ja mal richtig spooky. Sammle so einen Würfel ein. Mach ich. Okay. Das ist voll krass, ne? Ich drück mal R2 dabei. Oh mein Gott! Oh fuck! Ah, es ist vorbei bei mir. Hello, hier ist ein Häuschen! Beim Bunker ist aber nichts passiert. Der Bunker ist noch zu, so wie er war. Ah ja, es gibt die Mission Fülle dein Schild auf von 500, ne? Aber ein Haus, das heißt was. Was kommt da noch? Zu dir? Hat er kassiert? Nice! Ich bin jetzt auch so ehrenlos. Oh, warte! Fülle dein Schild auf, warte! Mach du! Mach kurz, warte Party! Ja. Darf ich? Ja, klar mach ruhig, alles gut! Sammellegende... Warte! Äh, nein, nein, komm mal her! Da kriegst du was für eine Mission! Nimm mal den Chak-Chak und gib ihn mir wieder! Ah! Ja, klar mach ruhig! Sammle ein legendäres Gegenstand in verschiedenen Matches auf, okay! Geil! Was hat sich denn jetzt hier in Wailing alles geändert, als ob es jetzt Häuser hier gibt? Geil! Man lass jetzt immer Wailing gehen, Alter! Hier ist voll geil! Ja, da sind noch... Ist noch was? Ja, 100! Perfekt! Oh, scheiße, Digga! Hier kommt welcher? Bei mir! Wo kommen wir? Hat zwei Hits! Es mortet! Wempi! 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 Ja, wieder was legendäres! Ja, jetzt zieh du dir auf, aber ich, ich nehme die dann gleich wieder! Okay, danke! Hä? Warte, ich hab die Mission nicht! Geh nochmal! Ah, ne, wir müssen das in verschiedenen Runden machen! Oh, schade! Okay, zählt nicht, dann geht nochmal! Danke, Ihrem Mann! Warte mal! Ne, hab ich nicht! Zwei Ohren kann ich dir noch geben dazu! Ach guck mal, er hat hier gemutet! Noob! Noob! Okay, dann geh ich nochmal zu diesen, äh, Runden! Ich auch! Kann man aber auch noch Durchbarkeit steigen! Und ein bisschen, um mich zu groß und zu boosten! Ich hab... Warte! Ähm... Was denkst du denn, was wird passieren, äh... Kondition durch Lagefeuer! Ja! Oh, scheiße! Oh, scheiße! Aber Lulitz sieht echt interessant aus! Ja! Scheiße! Da ist noch ein Haus! Wo soll man los? 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 Hat der Würfel... Alter, der Würfel doch nicht so... äh... Doch nicht, ähm... Wartet... Würfel doch nicht sozusagen weg! Ne, anscheinend doch nicht! Wer ist noch ein Haus, Digga, WhatsApp? Oh, warte mal! Ah, die Fähigkeiten sind geil! Loll! Ja, alter Digga, man kann sich hier rein teleportieren, ohne dass man reinkommt! Geh mal... Geh mal in den Keller, Digga! Oh! Digga, wie krass! Oh mein Gott, ist das OP! Ich geh mal ins Haus, ohne dass ich die Tür aufmache damit hier... Jetzt können wir hier ne Falle drin platzieren! Mach mal! Digga, ist das krass! Okay, ich bin weg! Oh, warte! Shit! For you! Oh, danke! Kann ich die Schild auch noch auffüllen? Ich bin weg, ich geh kurz aufs Klo! Ja, okay, ich hol mir dann nochmal so ein Cube! Würfel! Ich bin weg, ich bin weg! Ich bin weg, ich bin weg! Oh, Alter! Alter! Generell kam kein Schneeler da ran in das game. Ich bin wieder da, la 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 la. Weil ich wieder eine Mission mit Monizons-Welt annehmen. Zum Glück. Hast du wieder so ein Ding ins Mitgenommen? Klar. Ja, okay, warte ich komm noch mal. Ich glaub das ist auch... Nein. Bo, Phil, Bo. Ja, schreib Bo. Ich block dich da. Ich ban dich da aus dem Live-Stream. Sei mal leise, Salve. Okay, ich bin weg. Muss mir noch mal raus holen. Ich ban dir mal eben aus dem Live-Stream. Mach das. Guck mal an. Ich geh mal kurz nach so'n Wurfel holen. Maxi besser. Aha. Deswegen sagst du auch Phil, Boo. Ganz ehrlich, sorry. Aber ich muss nicht wegen Beleidigungen aus meinem Stream-Bahn. Und das kann ich jetzt nicht machen. Sonst krieg ich vielleicht sogar Strike irgendwann. Oh, jetzt geht mein Handy leer, Mann. Da muss ich ihn halt jetzt im Stream lassen. Ach, egal. Scheiß drauf. Scheiß drauf. Ich komm auf weg. Oh, Scheiße. Maxi kommen so'n. Ich bin schon drauf. Komm mal her. Na, na, komm mal her. Ich geb den Trick. Komm mal her. Weißt du, was ich hab? Warte, wir warten kurz, wo die... Okay. Komm her. Ja? Wenn das... Ich kann kein Fallschirm ziehen. Geht. Nein, oder? Weil ich uns nicht glaube ich. Ich glaube nicht schnell genug. Ich glaube nicht schnell genug. Komm mal her. Ich bin kein Zweck. Okay, du bist jetzt auch noch nicht weg. Leute, guck mal, wie die Sonne aussieht. Weil wir sie gehen nach... Nein, die sieht nicht so'n normal aus. Guck mal. Bin da wo? Auf dem Berg von links, wo die Wand ist, äh, wurde gesniped. Also irgendwo hier bei mir, ne? Ja. Mach da ganz hinten. Ja, müssen wir nicht machen. Okay, ich seh's. Egal, scheiß auf die Digger. Nein, scheiß auf die Digger. Was sind jetzt jemand mit das? Die bleibt das jetzt hier mal so, wie es jetzt ist? Okay, doch, lass drauf. Nein, wir stehen. Egal. Da ist keiner. Sind weitergelaufen. Oh, oh. Noch rechts. Die müssen da aber sein. Nein, die sind rechts, äh, zu nach, äh, das gegangen. Leu, guck mal, wie die Sonne jetzt riecht die aus. Die sieht voll komisch aus als vorher. Vorher sah die so... Oi, 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 oi. Haru ist! Ja, ich bin noch ein pray deswegen ja ich habe auch nicht gott mehr kann man sich habe ich habe es gar nicht ganz klar wie sie auch so richtig blitzt die sonn wir sind da weil das die spaß die das einfach schnell weiter laufen die sauen ach oben ist sie anders ja wir sind hier direkt ab mit habe keine metz mehr wir machen beide diese er macht diesen ehrenlosen alter wie ehrenlos guck mal ich gebe ihnen so 80 hits gefühlt er stirbt nicht aber er aber ich stehe aber dass er nicht neunmal an die die gefühlt ich habe eben doch nur 100 zahlen gegeben juli sterbe macht sie enthiel hier ich muss sicherlich herkommen ich komme ob wir das schaffen ich weiß nicht ich muss lappi trinken machen macht das hat mir was zum luten ja ja nur aber ich habe ich hier drei bei war um die gieß drei stück und und er hatte kann hier nur noch heavy fackel sind tot ich bring einfach ein schild des dingens ja für die schild hab ich schon hab ich schon ach so wir müssen uns gegen die dich immer aufheben komm her aber die sollen auch gleich zwei damit das schaffen wir nicht ja die macht mich noch zwei damit guck was auf macht man zwei damit noch kein zweiter mensch doch von mir 51 49 was für den müll ich trinke noch kommen ich gebe dir noch ein bg dann können wir den trinken wenigstens auf einer challenge schau wir nicht mehr scheiße ja milchspiel sag ich ja ja ich glaube ich habe ja auch nicht mehr zu heilen milchspiel, 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 milchspiel egal wir haben einen XP bekommen wir haben einen auf ein paar aufgaben fast fertig ja trotzdem allgemein das ist einfach nur scheiße das spiel ich am liebsten würde ich gerade mal nicht scheiß bringe so heftig gegen bodenschweiß das alles verplaatzt nicht aber dieses spiel ist scheiße das spiel ist scheiße es macht keinen spaß scheiße die galle 5 krass nicht meine mission die fresse ok warte wo ist dieser scheiß stern wieder guck einfach mal auf youtube ach gibt es anscheinend gar nicht ok geil ja als ob es keine hausforderung gibt es vom stern ne lande bei junk junction gibt ein fucking stern ja dann bin ich level 8 geil tanze unter verschiedenen straßen tanze unter verschiedenen straßen beleuchtung scheinwerfern easy alter ja wo sind die denn einfach ganz normale lampen enthält zum beispiel die auf die straße scheinen leuchten m es ist so ein bisschen oder ich hätte ich gerne nur weg gehen aber scheißhaft egal und er ist scheiße und also wie altkommend fortmals nicht spielen jungen schützer sollten das spiel wirklich löschen ganz ehrlich nicht. guck dir mal fatalfiltern von oben ich weiß waren wir fehlte oder wollen wir diese straße warte lasst mir sie da ist er ging es das sind laternen wenn das stimmt ich weiß nicht ob das stimmt aber straßenbeleuchtungslaterne sind normalerweise wirklich laternen die auf die straße schauen ja straßenbeleuchtungslaterne welchen hängegleiter hast du ähm picknick picknick ach das bist du denn nicht die ganze türen ok ich hab auch picknick welch soviel bist du ach bist du doch nicht 7 war auch picknick ach noch einer geht nicht ich bin 1 nach picknick also von diesem äh wo ah hier hab eine dann noch eine noch eine sind das die wenn das zählt dann ist das eine easy Aufgabe und dafür 10 Sterne zählt das nö also das nicht zählt nö war noch klar aber ich habe auch was das sind für ein kack straßenbeleuchtungslater das sind doch straßenbeleuchtungslaterne wir beleuchten doch ist so ich kann nur um den Lot ich hab nämlich nichts du machst du du musst nicht jetzt aber ich kann ein Mini geben weil ich trinke eben zwar und gibt dir ein ach warte die hier vielleicht man hat ruhig dich die steps man wo die steps sind geil geräusche er platzt die zwei fallen und er kennt raus denn draußen ja neun 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 Nein, nein, nein! Scheisse schonГosinnen Scheiss spie兒! Euch kann los Divina! Schmeiß gleich mal iPad runter! ... .... Was war diese scheiß Mission? Kannst du das scheiße? Ja bin ich dabei! Ja moin, sollt ihr mal was sagen? In Greasy war sogar eine! Super! In der Mitte! Als ob... Klar, die facken einen nur noch ab mit den scheiß Missionen! Noch einmal und ich schmeiß meinen Controller gegen die Mauer! Dann nehme ich den mitgehend nach draußen und schmeiß den richtig heftig dagegen! Die Mauer! Ja. Drugs are ready! Ja. Ma... ... Ah... Ma. der neue season 6 bunkel neuesten sechs bunkel junge ja mein galaxy skin läuft bei dir erwarte gibt es vielleicht noch irgendwo anders ein ja ding in zahle fußballhalle fußballhalle und vom fußballhalle nach das dann auf risky seine ja aber das erst mal den uns ja die beiden hunden das ist einfach auf aufgaben gehen scheiß auf zu wenn wir sterben scheiß drauf die gar einfach hause aufgaben machen vielleicht schaffst du noch heute noch wuffel und vielleicht hast du noch pumpernickel freut zu entscheiden und wird mich anscheinend schon freuen wenn ich ein wuffel habe pumpernickel kommt ja irgendwann noch mal oder vielleicht war die 500 die box dann irgendwann zu leveln man muss direkt ich weiß ich weiß wo einer ist glaube ich ich auch nein noch eine komplett hier darf ich auf dem werk ist einer okay gut aber in der mitte von wie sie ist ein und das steht fest wenn die genauso auf dem berg dann ist es auch einer das auf dem berg auch und die er hat so der verschiedene leds hier heißt es jawohl keine mucke hier tanzen einfach fanz war ja mein komm ich hier weiter tanz hast du getan es habe ich schon mal schnell fußballer ja ich will mir kurze waffe und die bing für die aufgaben ich bin stufe 8 zu lieben irgendwie finde ich vorne nicht geil aber irgendwie macht auch keinen spaß gegen die ganze gegen diese zwei haare zu zocken vorhanden kann er nicht gehen von da kann er nicht für diese spieler die so spielen heute tage ohne bauen war früher richtig geil das war so geil rennt sich schon nach weil ich mir noch ich bin noch hier in wie sie aber ich komme jetzt einfach auch komm einfach schnell tanz darunter wenn es wenn du stirbst darauf einfach wir tanzen wir machen jetzt nur die aufgaben das machen schön geschwindig aber das ist gar die ich habe warte ich guck mal kurz die kommentern lpl dennis nur ja warum lpl her wo denn ich habe keine ahnung wo ich weiß nur dass da noch einer ist da können wir nächste runde dann landen da hier oder wo ist das da seine da kann ich nächste runde landen und dann nächst du danach die runde riski gehen machen mich ein paar aufgaben jetzt erstmal wir gehen jetzt nicht auf wohnen ja okay ich komme falls du stirbst scheiß drauf ist egal ja auf jeden fall ruf und sohn hast du drunter getest ja klar klar aber ruf und so muss mich erkennen wo ist die in ihrer wichse schwimmst du grad rum guck da ist ihre wichse das ist ein und mach aber froh wir alle standards wenn man kiel ist tag weil ich habe ich habe nur zwei kills bis jetzt spiel schon fünf runden gefühlt ich hab nicht mal okay freu dich mal so ein kollege mit zum oder sagen wir zu zweit zu zweit okay darf ich pumpernickel tanzen oder ist das schlimm für dich mach ruhig für dankbar ich mag den zernzahlen und ich finde sie sechs ist eigentlich voll geil gemacht die spieler sind zu scheiße das game ist geil also ohne dieses werden die spieler nicht da das spiel geil aber bei so heftig gegen die heizung betreten das ist mein fuß weh tut scheiße ich finde es geil dass wieder die alte musik drin ist ich tanze für dich dann kannst du ihn zu lang angucken das heißt ich bin ich bin ich jetzt aus dem stream hör einfach auf buch zu schreiben ich bin ich jetzt direkt mal im bahn ab auf meine spiel aber nein dann lass auf den berg die holen lass auf den berg die holen ja manche wo war die äh auf da hat es folgt einfach da auf den berg ja einer fliegt mit hin sieht so aus so nutzer vorüber gehen blockieren ja da ist einer für 300 sekunden geblockt so kommt davon zahls die dinge die osterinselsteine wie osterinselsteine ja ich weiß denn es macht juhu denn ich gehe aus dem auto in lille sie ist einer lacey 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 links lacey rechts hat mir ein freund erzählt keine ahnung wer ich schlade mir schild auf ok ja mach das also ich glaube ich schaffe heute noch wuffel du auch ich auch hoffentlich wenn wir auf aufgaben gehen und nicht so auf win und auf spiel wenn ich eigentlich mal gut spiele irgendwie macht es so scheiße kiste gibt ein lagerfeuer wirklich schlade schild auf ein bisschen aber ich finde ja gut ähm hier ich finde auch ich finde auch irgendwie gut hier dass wir gerade also wir sind gerade voll schlecht weil wir halt nur irgendwie gehalten also season 6 er spielen und nicht so wie auf season 5 ganz normal und und dann ja wie findest du es für die folge vor allem die musik ich habe mich schon mehr erwarten normalerweise ja es ist jetzt ist sicher dass bald vor und auch so ein halb ist das weiß ich jetzt schon wer der pass geiler wäre schon ein bisschen schwere schwieriger war ich finde es geil dass die alte hast du den welt trotzdem gekauft ich finde es geil dass ganz ganz hinten die dingens musik ist die alte wo das ist so geil bezahlen seien musik auch richtig geilen lobby zu haben anstatt die ganze zeit diese dem nein noch nicht aber trotzdem ich will wofür haben ja wofür ist echt süß fall in der welt wenn man ja meine wofür ist ich habe einfach auf den tanzen zu tanzen damit ich dich nicht rauchen mache fernse ruhig fernse ruhig vom vernickel ich habe mir noch das fünf euro ist paket geholt ja wir gehen gerade auf aufgaben weil wir wollen halt beide wuffel haben ich finde es so den hund ich finde den voll süß und als ob es pets gibt ich dachte die kommen aus diesen sieben angeblich rein sollten sie angeblich reinkommen ich glaube wen findest du geiler cowgirl oder diesen dj lama für den dj lama ist echt geil und vor allen dingen du brauchst du schon mal bei den ruhen warst du schon bei den ruhen debi weißt du diese würfel ne die sind so geil die dich unsichtbar machen du kannst dich damit rum teleportieren ja das ist unter für guckt mal hier was viel zuerst ja das gewachsen das ganze guck mal für das schloss jetzt weißt du das da oben ja nee wusste ich noch nicht wird das so geil mit dem unsichtbar machen ja kann habe ich nehmen ja dann muss glaube ich noch eine oder ja weil ich denke kurz biggie mach das mach das man kann sich mit diesen teilen rum teleportieren debi habe ich noch gar nicht gecheckt kriegt man mit den teilen fall damage ja ich glaube ne ne gut einfach mal durch den baum teleportieren man unten noch durch noch ein baum teleportieren ja ok ist jetzt weg oh hier ist jetzt ein ding jetzt maxi komm mal her guck mal ja man also lol ich war noch ich hatte lootlake noch nicht einmal lol wie sieht lootlake aus ich habe es bisher ich habe es bisher nur im trailer gesehen ich war noch nicht lootlake als ob man aber ich hätte den trailer voll lustig vor allen dingen vor allen dingen ich finde es für lustig ja das fand ich voll geil ich werde man kann eine hoch um wenn man oben drauf lande oder nicht spoiler nicht wollen ich will mal aus ja ok ich guck mal wie wie kommt man noch und darf ich sagen wie du hochkommst nein ich probiere es erstmal selber auf ok sorry weil sieht man doch sieht man aber das ist ein tonner ah ja ich ich check's irgendwie erich schon sieht das einfach ich bin cool du bist schwul sag mal leise digga keiner hier ist schwul hä da wo irgendwas rotes da kommt ja man mag ja man mag lol sieht das hier gar nicht schwimmen jetzt einfach wieder schwimmen juhu ich hatte eine vermutung wenn man hochkommt ich auch lol der cube wieder da drin hängt oh 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 lol man fliegt da einfach so hoch hä warte ey was hast du gegen mich jetzt auf einmal ey digga ey maxi komm mal her komm mal her komm mal her du kannst ja uns mit dem würfel rumspielen warte ab juhu ne ne wir wollen ein bisschen nichts spielen wir machen jetzt erstmal die aufgaben ist ein paar aufgaben fertig wegen wuffel weil wir wuffel haben können wir gerne weil wir machen noch ein paar laternenaufgaben diese laternenaufgabe weißt du ja die es da gibt es dann zu unterstraßen laternen dann naja wir machen noch ein paar aufgaben ja warum sagst du dann ich bin juhu du bist cool ich bin schwul warum sagst du es dann wenn du nichts gegen mich jetzt hast angeblich ach ja du kannst einfach runterspringen ne ich sehe es gerade ui hui kriptbaum komm wir springen komm geh mal gegen den würfel uooooooo was passiert wenn man gegen den würfel schießt weißt er nicht LOLL der würfel ist back schieß 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 oh hallo ja weil ich dagegen geschossen und nicht du mal nochmal okay geh dann so na warte, hä was ist das ich fliege auch so ja was, hi gegrüßt wirst du nein der cupid abgeballert ich flieg weg ich bin weg so easy kann man jetzt abhauen, in der saun gehen ja man mach mal bitte copyright aus wer ist das da mit dem jodeling man ich bin nicht äh bist du erhauen, das bist du meine kiste maxi da war nur ne eier drin da war nur ne eier drin graue trotzdem dann gönnt ihr dir hab eine blaue bürst äh eine grüne bürst wenn die eigentlich abbauen jo was sie dir bringen übel für stein komm mal her denkst du mit luke irgendwann wieder repariert ja 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 das hier wird ja auch wurde auch repariert ne ja kann nicht sein lol aber ich finde es voll krank wie das aussieht man hier vorne ist ein unsichtbarer hier ist ein unsichtbarer hier ist ein unsichtbarer wo der haut ab ach da ich komm hinterher hab ihn noch mal gehittet jetzt seh ich ihn nicht mehr ich seh ihn noch er springt aufm berg äh nein chat headshot noch ok er ist weg mit einer unsichtbarkeit er ist da er ist da fisch ihn und dann mach auch seine fähigkeit fesse 2 wie denn geht es mit L2 gedrückt halten L2 gedrückt halten ich komme auch nice schön brauchst du Hilfe ne ok hab ich sorry und biggie für dich ich gebe dir noch mini dann kannst du mir noch ein bisschen fahr äh hier mini wie viele minis brauchst du 2 ey gar keinen ok ich weiß dass du cool bist aber trotzdem warum hast du das geschrieben man macht du ja und ferngelenkte raketen wer darf ich darf ich denn öffnen maxi bieter du hast genug nun von ruby kommt schon wegen der aufgabe deswegen du kannst auch looten ja ich habe hier ort war jetzt können wir okay danke ihr lagefeuer erwartet wir brauchen damage ich habe der mensch ich habe der mensch wir können zwar ich kann mich nicht und ich wurde runter gesagt doch hier kommen ja perfekt macht ja ich habe ich habe stimmt ich habe ich dachte du hast ich hab nicht das lg f f u r lied sie haben unsere taschenburg gesetzt ja ich auch ein bisschen okay raus hier raus ja weg 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 oh gott der monatischen burg im high ground ist fuck weil wir pushen wollen wir ja klar ja moin ja moin macht noch mehr schaden er hat zwei hits er hat zwei hits ich trinke minis hat mir die noch 100 schild dann habe ich die mission fertig mir war erst so lone hat er hat zwei ap oder so er hat ja die sind beide low das sind jetzt häuser auch ich bin ich drüber ich bin ich drüber immerhin habe ich gefühlt man ja ja leider wieder gegen den hacker mal wieder wie immer er hat der kannst du ja warst du noten das somit ich habe fhp er macht mich er macht film mit der doppelläufigen one shot und mich macht er mir zieht einfach 100 schild habe oder 50 keine ahnung 100 für er hat mir dann irgendwie hundert ich bin jetzt auch der mensch gemacht okay ich hatte schon mal vor nein ich krieg glaube ich muss sie heute nicht die mission reichen ich habe nicht mal eine geschafft ja ja noch nicht die beleuchtungen habe ich war aber fast fertig dafür gibt es zehn punkte digga maxi easy eine schlüsse er ist dies noch eine ok nice eliminiere gegner an verschiedenen benannten orten sagt man auch ich habe die zahnseiden musik ich bin stufe 9 8 habe ich gleich habe ich gesagt man kann jetzt ich finde das geil dass man die tomaten da werfen kann ich bin ja jungs das müssen musiken unholen wir brauchen nun wenn man gewinnt kriegt man hängegleiter wo ich bin schon dran ist also als auf macht oder ok ok krasse ach ja ja auch auch ich lass mal versuchen auch einen holen weil ich mich heute noch den regenschirm bekommen dann hat er ein video rausgebracht wo irgendwas mit dem bunker sein soll ist aber nichts ja es ist unter welchen muss das bunker unter welchen gut ist in hauptbunker auch guck mal ein video von ihm oh mein gott ich kann ich gleich in der mitte von wellington eingang zum punkt die lassen da jetzt sind und von 1000 riski dann von da aus nach riski um riski dann die laterne zu tanzen von riski nach lazy und dann von leasing die zone ist so wie sie dann das eben jetzt erstmal nach wailing direkt in den mittleren hause von wailing ist das also vom labyrinth im labyrinth im labyrinth im labyrinth in der mitte von labyrinth im labyrinth in der mitte vom labyrinth siehst du das stein gebaute lol wie sieht es sich auf einmal aus ab in den bunker ich trinke kurz mal also ich bin ja also nicht im richtigen bunker unter der unter unter labyrinth ist ein bunker riesiger also in der mitte vom labyrinth ist ein eingang ok krass und in der mitte ja in der mitte vom labyrinth hat wer vielleicht ein biggie der ist so groß sie gibt es so krank so viel looter ist unten vielleicht ein biggie ich habe keine ahnung weil das gebiet ist bei mir abgestürzt ich habe hier kommst du was für ich sag denn ich komme ja ist und ja hier im bunker komm rein ich sehe das nicht und der fag ja willkommen im bunkei hier sich noch ein schlechter mini fehlmann der bauch oh ja ich ist das bildet man nehmen hier okay dann empfehlen wir nie befinden dafür dem mini wenn du den schlappen nimmst ich kann kein mini nimmst ach so kannst du auch so scheiße ja wegen der aufgabe finde ich hier ist ein riss hier ist ein riss auch das ist ein forschungslabor mit rissen die vorher forschen die riste guck mal diesen riss immer nutzen kann er wurden da ist er auch mal da da war ja auch mal wieder da jungs dann können wir den rissen in die sohn ja weil er hat werden wir haben noch gar nicht getrunken ich habe noch gar nicht getrunken hier ja da liegen wir nicht weil das ist dann jetzt gleich wissen und damit nach riss gefliegen von risk in der geben wir nach lächeln von lächeln laufen wieder zurück ich habe ihn selber um hier nur sieben vier jacke wäre ich habe irgendwie zu stellen ich neben mir okay ich bearbeite unter uns neue da war ja wie die jahre hast du es lass danach wissen dass man willst du bist du bist du bist du bist drin herzwirtschaft noch die acht nach riss die den springenz holen ja ganz und ich sehe ihn da unten wo auch aber ich folge dir hier hier bei mir drei stück habe ich schon weiß ich habe schon ich habe ich habe dir noch nicht den dingens in der fußballhalle muss ich denn noch ein tatsache man könnte ich also ich suche mir einen kleinen biggie die und jump hat maxi ja ich gehe es nach lächeln müssen nach lächeln schnell guck mal ja ich komme mit jump hat sich krank machen wollen wir mit jump hat und bei mir seid ihr leicht viele bucks drin mann leute soll wie jump hat musik ja klar okay ich baue hoch automat automat 225 holz ja okay ne scheiß drauf wir kriegen noch ein weakness wir kriegen noch die auch alle wir kriegen die aufgabe sowieso noch fertig alter warte das muss weg kann er noch mit ist egal du kriegst auch noch eingleichen ach so kann sie mitbringen ich gucke wo er ist links am ende noch kurz also ist hier okay simon egal das ist eigentlich vor der popi trick er ist ein auto ich kann immer noch die kiste vorne mit ich sehe noch nicht ich nehme noch die kiste ich werde geschossen von wo von oben ja er hat bei mir ich habe ihn eben gerade auch ein bisschen durch die ziel durch ich komme wieder mich ich gehe ich gehe in pushen einer kommt mich vor schon hinten ich kann von hinten ich sag ja ich komme von hinten ich gehe gleich hier hin und dann zu fußballhalle schocken jetzt ja mein gott und bin tot der pass hat gefinisht so ehrenlos schon wieder in seiner geläftet wurde sagt wo denn jungs ich gehe gleich einmal fußballhalle und von fußballhalle und ich gehe noch leise 2 und also eine runde schockerhalle weißt du doch fußballhalle ich gehe nächste runde fußballhalle ihr könnt gerne woanders hingehen dann gehe ich da unter den latianer tanzen hast du denn noch für mich nach der runde gehe ich über das wollen hier nach zwei sind noch mal dieser sagen er muss so gut ist er sollte die Nein, nicht, Phil, er hat ein eigenes Auto. Bei mir ist ein eigenes Auto. Goodbye. Ja, stimmt. Ja, ja. Die Chainsaw. Drück mal Option und dann geh auf Vorausschuldung, lol. Äh, nein. Drück Optionen, dann geh auf Herausforderung. Wo denn? Wenn du Optionen drückst. Ach hier, Herausforderung, oh lol. Das ist wirklich geil gemacht. Und man, mir fehlt ein Wiggy, dann habe ich den Nächsten. Wiggy! Hallo, steig auf, Arschloch. Ich weiß nicht, ob ich den Dingens bin, ob ich die Mission jetzt habe. Und? Nee, mir fehlt sieben Schild. Okay, geil. Stimmt. Ich hab, ich hab die Hacken müssen. Oh, hä, ja. Wo? Du hast ihn doch noch welche? Oh, ja. Egal, ich bin so low. Wolf war das, der hat sich wieder durchgekauft. Was sind das hier mal für Spieler? Wenn die nicht durchgekauft haben, ist das gar kein Spielspaß. Ja, egal, einer ist da und einer ist da. Ich werde mit Banat, was gibt es in der Stadt, so close. Schade. Egal. Ich werde, der kommt jetzt hin mir schon wieder. Ah, der kommt jetzt hin mir schon wieder. Was soll sie machen, hab ich ja. Ja, Mann. Ja. Digga, der war so low, der eine, ne? Oh, ja, ich wieder da. Ich weiß nicht, ob der Video-Geschutz gerade machen darf. Ja. Ich bin zwei Stufen vor, aber Wuffel. Also zwei, bei etwa Stufen, ich bin Stufe 10. Wenn ich eine Stufe habe, kann ich mich eine Stufe leveln und eine Stufe kaufen, dann habe ich Wuffel und bin eins vor Sunside. Oh, Grosch. Boah, ich finde die Halloween voll geil. Diese Halloween-Musik, die ist echt geil. Oh, aber die alte Musik. Oh, ich hab's nicht. Oh, ich hab's nicht. Okay, ich hab's nicht. Oh, ich hab's nicht. und Android Switch finden dies auch offiziell auf ihren Webseiten. Dazu schrieben sie nämlich folgendes. Nach einer umfassenden Evaluierung. Weißt du, wo noch so ein Scheinwerfer ist? Wo? Äh, bei Dingens. Motel. Was hab? Gehen wir, ich gehe im Hotel. Und ihr? Ja, ich gehe im Hotel, dann gehe ich, nee, ich gehe Lazy, dann gehe ich von Lazy nach Motel, dann gehe ich von Motel. Dann gehe ich nach Fußballhalle. Dann habe ich alle. Dann gehe ich nach... ja ich verstehe nicht hier guck mal ich hatte so ein bug da war die insel hier und die war zweimal da und zwar einmal in lud lake einmal in hier und einmal halt bei sollte man wie viele reste sind ja auf einmal ich glaube ich werde ich ja ich habe die mission warte ich schon mir hier wird sie doppelt haben und kommt dabei kann man kommt zu dir maxi oder hast du es überlebt ich komme viel und dem mann flug noch kommen da hinten ist ein gebautes haus aus metall weil jetzt noch einer faktiker ich bin gleich tot und immer kommen bitte wenn es doch nicht ernsthaft ja was ein bastald alter das war mein das war vorhin mit dem ich geteamte halt und jetzt geht er mich auf einmal er geht noch mal nicht ihre mann der rettet uns heck ab kriegt kein der match keine chance ich habe ihn noch zweimal hätte gesehen mit der blauen erden uns schön hat mich auch immer noch nicht kürzen konnte hast du dich schon getanzt hat wer vielleicht ein mini oder so wo ist jetzt beim motel direkt auf dem hoch vorne genau nicht im metallhaus rechts ach so das ok da hat sich glaube ich jemanden hier das war auch letzte runde so zeig mal zeig mal jo alter so ein haus im nix sogar so ein obdachlosenheim hier einfach so ja moin also mit nirgendwo so ein kleines obdachlosen heim jungs ich nehme ist wenn ich für euch wenn ich die riss jetzt noch zur fußballhalle nehmen der hier ist ja ok dann läuft das zusammen ja ok dann gehe ich jetzt hat der muni für mich ich habe jetzt keine muni mehr und wir müssen uns damit hierhin macht euch das eine mission und müssen uns ein bisschen hochbauen er war da kommst du her ich habe nämlich bock auf ein bisschen lage lage feuer feuer ich nehme noch den wirbelwind von nun legt mit fliegt nach fußballhalle wo ist denn die letzte anstelle die letzte das jahre hier kommst du her ich muss nämlich noch was zu machen hier und hier ist mir was war gut machort ist in harana drittige donald schlampe edison ich war ein leck mein warum kann ich keine sturmgewehr munition hast du stummimoni wusste bis jetzt und bring mich an um ok ja was war ich dann kurz auf kabel wo ist der biggie weil ich kurz weg bin dann weil ich dann kurz also kurz zum herzen weg bin und alles auf kabel komplett umstehen keine ahnung fünf bis zehn minuten und ok hat nicht sehr viel erreicht ein bisschen bräu noch warte Danke. Danke schön. Ich bin dann jetzt weg. Ammission. Oh. Okay. Hat mir 75 HP gehielt. Ich war auch ab, ne? Also hast du auch 75? Äh, nein, äh, ich mein jetzt wie viel du schon gehielt bekommen hast. Ja. Jo. Ich wusste gar nicht, dass man die Dingens, ähm, beenden kann, einfach so. Ja. 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 Nö. Wurme tanzen. Oh, da vorne sind welche. Oh, fuck. Na, moin. Da ist doch einer. Ah, muss ich doch, dass hier einer ist. Da hinten, hinter uns. Komm hier zu mir. Oh, da kam einer. Komm, schnell. Komm, schnell. Komm mal, hier ist einer. Schnee. Und ja, ich wollte jetzt. Ich wurde, ich... Puh. Der Heger. Ja, super. Ganz doll. Nicht nur einer. Ja, was soll ich machen, alter. Ganz ehrlich. Kann ich nichts machen. Ja, moin. Er hekelt sich von mir und von mir nicht. Komm, das ist so ein richtig fetter Alex, alter. Der dachte sich auch, ich nenne mich Alex bei meiner Geburt, weil ich mich, ne, bei meinen Eltern zu dumm waren, um mir einen Namen zu geben, alter. Richtig Wichser. Was? Was? Das schon?! Wie rollt? Das ist... Ja, jetzt ist's победiert. Der hat drei HP geführt, oder so... Wann ja, los? Was ist denn? Pra pat, địu... Solange chega, mach... Nichts da, Jarras, Vanas. Podemos los, podemos goos, podemos nebets los. ja moin was habe ich von hinten also gerade ist er noch wieder geklappt jetzt checkt du absolut gar nichts finish finish ja mann hat sie wieder wir kämpfen die größenwixer aller zeiten ich werde wahrscheinlich schlechtes team ausmachen ja okay leute ich hier hier wer hat jetzt wahrscheinlich morgen noch mal stream oder ja später auf jeden fall war es das jetzt erstmal für den stream haut rein wenn ihr mehr sehen wollt lasst ein like da und ein abo wäre auch nicht verkehrt und ja bis dann